Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute hellhin-weiße-schurken auf Javin 4, der große Tempel. Wir haben nur noch Boba Fett und Boss. Wir nehmen am besten Boba Fett. Die größten Wolken der Galaxis, ihre göttlichsten Schocken, alle in einer epischen Schlacht für die Ewigkeit. Da unten ist A. Das ist das andere Ziel, schnell mal anmachen. Komm, komm, komm. Nein. Jetzt hänge ich hier an der Seite. Komm, ich will auch was machen. Oh, okay. Naja, die haben es ausgefallen, haben wir ausgeschaltet. Das nächste Ziel wird gesucht. Wie gut das ist, dann kommt Ray von der deutsche Ruda. Okay. Nice. Sehr gut geworden. Ich werde weggetrocknet, ich werde weggetrocknet. Ray kann so eine Fähigkeit einsetzen, wo die alle in der Umgebung zurückbrängt oder so. Ich werde auf jeden Fall bei den Sith, also bei den Machtcreditiven, ja, für uns nicht so viel, außer dass sie ein bisschen schwächer sind, glaube ich. Aber bei mir, ja, bei Boba Fett, ja, da werde ich am Rand gefallen. Jetzt nochmal. Ich habe mich als nicht-Jedi-Ziff, was auch immer, nicht so viel Chancen hier raus zu kommen. Egal. Wir haben jetzt einfach mal Bosk genommen. Ich kann der Meer. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich glaub nicht, dass der Meer kann, weil es ist Bosk. Das Ziel ist geledigt. Was ist das nächste Ziel? Ich bin das nächste Ziel und ich hab Bosk. Das ist ja wirklich klar. Okay, das ist nice. Und ich bin das Ziel. Ähm, ja. Das Ziel ist hier auf einem Haufen. Ich springe mal auf den Fenster. So, da oben ist das Ziel. Ich geh einfach mal mit denen mit. Vielleicht kann ich sowas reißen. Oh nein, nein, nein. Ich hab noch das erste Mal gesehen. Okay, das nächste Ziel. Wir müssen die nur noch viermal entledigen. Und da und hier ist Woda. Hallo. Ja. Und... 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 Ein... Okay. Und... 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 Und warum läuft der eigentlich direkt von meiner Schnauze raus? Ja, ich glaube ich. Und... 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 Und Yoda ist sogar ein letztes Ziel geworden. Ist ja super. Das heißt, er ist mit mir zu ziehen. Von... Und... 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 So, mein Zodo ist ziemlich stark gerade. Nächste Runde. Ziele angreifen ohne Verteidigung. Äh, hier. Das letzte Ziel. Ist das wahr? Na, guck, was ist jetzt los? Aua. Abo ist nicht. Und, das war's. Sehr schön. Nun, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mit dem Daumen nach oben freuen, unter den Kommentaren. Wir haben richtig wenig Kills. Und, äh, bis zur nächsten Runde ist Star Wars Battlefront auf meinem Kanal. Und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Wäre nett. Ciao.